Macht ja nix. Das soll gesund sein, glaube ich. Die Mineralien sind sehr gesund. Wo ist denn was von der Lampen gekommen? Die Epsicht. Jetzt weiß ich, warum die Ella die Augen immer zugehabt hat. Also nicht, dass ich mich vergleichen möchte, aber ich sehe genauso schlecht jetzt wie sie. Das verbindet uns. Hast du ein Tüchel oder irgendwas? Ein Tüchel, ja. Hast du ein Taschentüchel? Ein Taschentüchel in die See. Du gibst das Tempo vor. Nicht schnell, gell? Wir haben gegessen. Denk mal. Das geht ja nicht schnell. Was? Das Essen oder das Schlauch? Das Essen schon. Merkst du den Knüchel? Sensation. Ah, ja. Das ist ein Taschentüchel. Das ist ein Taschentüchel. Das ist ein Taschentüchel. Musik 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 Applaus Applaus